Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Es ist ein neuer Hotfix für Black Ops 3 erschienen, der trägt die Nummer 43.7.27.5 und ist im Moment auf den aktuellen Konsolen verfügbar. Es wurde ein bisschen was an den Waffen gemacht, ein bisschen was an den Spezialisten und allgemeine Änderungen gibt's auch und mit denen fangen wir gleich an. Den Anfang, den macht hier die kugelsichere Weste, da gab's anscheinend irgendwelche Bugs, die wurden jetzt behoben. Dann wurde die Streak GI Unit ein bisschen verbessert, hier wurden die Laufwege verbessert, was genau gemacht worden ist, weiß ich nicht. Dann gab's einige Fixes beim COD Caster und außerdem wurden einige Kollisionsprobleme behoben. Weiter geht's dann mit den Waffen, hier wurde bei der XR2, der ICR, der Shiva, allen LMGs und der Locos die Anvisierfeuerstabilität verbessert. Das heißt, wenn man anvisiert und eben feuert, dann hält die Waffe ein bisschen ruhiger, die Waffe, die bewegt sich nicht mehr ganz so schnell. Das wird wahrscheinlich gerade auf lange Distanz Auswirkungen haben, das heißt, da funktionieren die Waffen wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser. Bei der XR2 wurde dann noch was anderes gemacht und zwar wurde allgemein die Rückstoßkontrolle verbessert, was eben bedeutet, dass der Rückstoß ein bisschen reduziert worden ist. Weiter geht's dann mit der KRM und mit der Argus. Hier ist es so, dass die tödliche Schadensreichweite ein bisschen erhöht worden ist, das heißt, die beiden Waffen wurden ein bisschen verbessert. Und dann wurde auch noch was bei allen SMGs gemacht und zwar wurde hier der Sprint-Outspeed ein bisschen reduziert und da bin ich mir nicht zu 100% sicher, was das ist. Ich glaube allerdings, das bedeutet, dass der Übergang vom Sprinten zum normalen Laufen kürzer gemacht worden ist. Das heißt, dieser Übergang passiert jetzt schneller, was natürlich eine gute Sache ist. Und damit kommen wir dann zu den Spezialisten. Hier wurde was an Nomad und an Spectre gemacht und zwar wurde bei Spectre beim Ripper ein bisschen was angepasst und zwar wurde hier die Spezialisten-Aufladung reduziert, die übrig bleibt, wenn man stirbt, während Ripper aktiv ist. Das heißt, es ist so, dass man Ripper jetzt ein bisschen weniger oft benutzen kann. Und bei Nomad wurde ein bisschen was an Recheck gemacht und zwar ist es so, dass man hier jetzt schneller aufsteht. Das heißt, wenn man Recheck benutzt, kann man sagen, und eben am Boden liegt und dann Recheck aktivieren will und wieder aufstehen will, dann passiert das alles ein bisschen schneller und man hat eben eine erhöhte Chance, den Gegner auszuschalten, der einen umgebracht hat. Das heißt, die ganze Sache wurde auch ein bisschen verbessert. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Das sind die ganzen Änderungen, die gemacht worden sind mit dem neuen Hotfix. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den Änderungen sagt. Würde mich interessieren. Und ansonsten war es das von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.